So, mal gucken. Erstmal Uwe ist da, hallo. Hallo, gut, bock. Schönen guten Tag, schönen guten Weg. Ja. Es Polo, moin. Zwerg ist da, moin. Cuxi ist da, moin. Shobi, moin. Äh, äh, Tansen, moin. Haltes Kreuzer, moin. Der kleine Keks ist da, moin. Highquart, moin. Daiti, moin. Fondy Gapik, moin, moin, auch. Der Lieblingsweier, moin, moin. Fanny, sag dir grüß, moin. René, guttach auch. Mega Man, moin. Stefan, moin. Dicker Grisou, moin. Black Gamer, moin. Guck mal, Nassus ist auch da. Basel, JVM, moin. Alice Ville, moin, hi. Uwe macht erstmal ne Dreier-Serie, dankeschön. Happy, moin. Mangel, moin. Wie hab ich denn? Holiday, moin. Wisch, wo kommt ihr denn alle her? Roger Keks macht auch Dreier-Serie. Ne Dreier-Serie hat er schon. Krass, wie oft er da ist. Du guckst sie auch, moin. Danke auch dir. Wie geht's dir? Erstens, sechstens fang ich wieder voll an zu arbeiten. Bis dato mach ich noch halb das. Die nächsten beiden Wochen. Aber ist in Ordnung. So, Leute. Gestern noch auf der Alte Eiche. Und dann wurde das alles, was wir machen wollten, wieder um den Haufen geworfen. Weil jetzt machen wir Talbach weiter. Weil wir die Final-Version bekommen haben. Die, wenn alles klappt, am 1.6. für alle da sein soll. Patrick, moin. Der war erstmal ne 20er-Serie. Dankeschön. Dann dachten wir, dann zeigen wir euch das. Wir haben ein bisschen einen kleinen Tick verändert auch, was wir das aufbauen angeht. Und dann machen wir so einen typischen Neustart halt wieder. Aaron, moin. Täuscht ihm, moin auch. Wir laufen gleich los. Uben zeigt euch das gleich alles. Machen wir mal anders. Heute macht Uben das. Wie soll das denn gehen? Der ist ausgenockt. Wieder mal in die Rente. Kommt alles davon. Was? Was machst du da für Sachen? Ey Socke, moin. Moin. Ey, fast Socke gesagt. Weil die einzige Schmier, die lassen wir. Wollen wir dieses Thema nicht aufgeregt? Ich habe Peppi gerade im Kopf gehabt. Kleiner, schmieriger. Ghostie, moin. So, pass auf, Leute. Ich versuche das mal alles. Ich werde sicherlich gleich die XML, hätte ich was gesagt, das gute Text, das Dokument von Reepi öffnen müssen. Weil sonst kriege ich das wahrscheinlich alles nicht auf die Kette. Aber wir können ja mal langsam anfangen. Also. Dreier-Serie, danke Eswil. Also nochmal, das ist jetzt die Talbach 2K23. In der Version 2.100 Final Edition. Finally. Wenn alles klappt, am 1.6. dann für alle da. Wenn nichts dazwischen kommt. Elster Brontos, moin. Hi. El ist vor allen Dingen. Losster Brontos. Es ist noch sehr früh für mich. Wir haben gestern sehr lange gebraucht, um den Spielstand einzurichten. Ja, es war eine Stunde, vielleicht zu wenig. Ah, okay. So, also, pass auf. Was hat sich geändert? Die ersten offensichtlichen Sachen. Die Ballen haben jetzt Unterstände bekommen. 1, 2, da hinten 3. Finde ich, ist gut, ne? Kannst du, glaube ich, auch gleich ganz gut, ne? Die Unterstände. Das ist, äh, das, äh, sieht toll aus. Das Zweite, was ich noch weiß, ist, wir haben ja unsere Silos hier platziert. Da habt ihr die Idee gehabt, dass wir nur einen Silo platzieren. Das ist das von, von, von der Janssen Farm, was kommt. Und, dann haben wir hier so einen, ja, diesen abkippbaren Haufen hingepflanzt für Kartoffeln. Weil wir müssen den Kartoffeln machen. In die Kartoffeln machen, denn die könnt ihr den kaufen. Das Farsi, du kommst noch raus, das ist von, vom, äh, Janssen Hof. Das ist im Mod Hub eingereicht von Bernie. Das wartet auf Freischaltung. Tschöme, ich hatte dich schon, moin. Christian, moin, hi. Moin, moin. So. Also, das ist, das hat dich schon mal, ne, hier so auf dem Hof gehaden. Weißt du noch irgendwas? Also, das Silo, das, 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 pfiff, pfiff, pfiff. Achso, ja. Die Unterstände für die Ballen sind neu. Ja, hab ich schon gezeigt. Ach ja, richtig. Die, die Tore sind nur von innen zu öffnen. von draußen geht es nicht mehr man muss würde jetzt überall hier den schalter drücken das war auf jeden fall geändert aber nur an der einen halle hier der kuhlstein glaube ich noch von außen auf das jetzt gestern ausprobiert habe das geht nachher so also das haben wir ansonsten wie unser zuhören ist auch noch sehr müde produktionstechnisch ist da eine ganze menge herbeigekommen wir können jetzt die pommes machen ich laufe mal erst mal hier hinten rüber weil hier ist jetzt hat sich auch was getan dass man das zeichnet hier ist jetzt ein normales fahrsilo deswegen habe ich gesagt ja vorgeschlagen hat nur noch eins zu machen weil das war ja früher hier für kompost das ist jetzt nicht mehr für kompost das jetzt normales fahrsilo hier wurde auch das wurde auch geteilt hier einmal schafe und hier nebenan jetzt die weide das ist einzeln das war vorher mal ich auch nicht so so das haben wir dann hat jetzt muss ich überlegen ich versuche das alles aus dem kopf zu machen aber ich bin lieber noch mal rein dann hat oben gesagt die produktion zeigen wir euch auch eben und zwar hat jetzt der riepi hier oben das erweitert hier oben hüpfen wir gleich mal hin so hier gibt es jetzt speise produktion ölfrüchte halt wird speiseöl hier ölfrüchte übertanen und das wert frittieröl das kann auch nicht verkaufen das kann man nur für die pommes herstellung benutzen genau hier sind die ganzen anschlüsse natürlich alles mit denen man nur ready und hier ist ja jetzt auch guck mal eine neue bga aber hier gibt es von gersubstrat kriegen wir dann methan raus und kompost ganz cool also in dem sinne hier machen wir jetzt kompost genau wir wollten ja noch mal gucken riefi moin hi gut dass du da bist ich hab ich hab das hier ich hab das hier links bei mir drauf ich wollte nur mal gucken was ich aus dem kopf weiß was was wir uns wirklich gefragt haben nein ich hab's ja hier links da aber ich wollte mal gucken was ich mir so gemerkt habe ich will ja nicht dauernd auf dieses glatt papier gucken das lesen wir aber gleich noch vor waren annahme hier gibt es halt die pommes kann ich ja am besten ins menü üben rein wo er daher genau was wir uns hier gefragt haben tomaten zwiebeln geht das nur über den garten oder haben wir irgendwas nicht auf dem zettel alteiche steht nicht im titel bei mir steht talbach ja mal fünf drücken also gartenarbeit ist angepasst okay also haben wir nämlich schon geguckt wie er das geschrieben hat gartenarbeit ist angesagt okay wir hatten wir haben schon mal vorbereitet ja aber es ist auf jeden fall cool weil wir haben jetzt gesagt wir müssen ganz schön viele zwiebeln machen jetzt der bio abfall ist klar geht da wieder in komposter rein verschmutzt das wasser ist natürlich super so kommen wir in den genuss des klärwerks da wollen wir auch mal wenn man geguckt in den dings rein also nicht von hier steht das mit den zwiebeln also nicht dass die auf dem feld gemacht werden müssen und so weiter und hier steht hier könnt ihr nun eure tomaten zwiebeln weiterverarbeitet ja das machen wir hier Feli moin hi sehr grüß Rainer moin hi also das schon mal ist auf jeden fall eine coole produktion wo wir gestern wieder so ein bisschen auch doof geguckt haben ist hier der bereich für das lager fürs einlagern das ist das gefällt mir auch sehr gut jeder bereich wo es raus wo es dann spawnt wenn ihr es wieder rausholt und hier könnt ihr dann reinlagern dann natürlich auch wieder ein bisschen obacht ne haut die lager nicht so voll sonst ist irgendwann der pc vielleicht langsam außerdem wollen wir auch knete machen wir wollen verkaufen genau wir wollen verkaufen hast du die texter kreie gerade vor dir ja natürlich denn hau mal raus was ich vergessen habe Also du hast die ölmühle angesprochen der aus dem bio fermenter angesprochen ja Dann Talbacher industriell food die pommes produktion jawoll haben wir auch Dann Talbacher industrie food ketchup haben wir eben gerade gesagt jawoll auch mit hier und lagerhalle nahe der Ich bin aber zurück Lagerhalle nahe der Ich war gestern waren wir so lange wach ja das war ich heute morgen gar nichts Ja aber auf jeden fall ist schön schön und klärwerk hast du das angesprochen das habe ich jetzt beim lesen nicht so mitbekommen ja wir haben hier eine kläranlage jetzt drauf ihr müsst euch als schmutzwasser wegbringen schmutz Ich bin ziemlich leise Der rede leise Nee eigentlich nicht Rede mal Hallo Ja bist du eigentlich Hallo Hallo Also wenn du aufrecht sitzt bist du so laut wie ich Ja ich sitze aufrecht ich liege ja nicht Ja also da habe ich gehabt ne das war beim letzten update ja schon klärwerk ist da da müssen wir in euer schmutzwasser äh Ja Ich muss mit mit einem sack voll geld hinbringen Das ist es Ähm Lest mal durch Sonst noch irgendwas von den neuigkeiten her Nee das war es schon Voll das war es schon Ja Das haben wir schon angesprochen Also wir haben das jetzt so ein bisschen so angeglichen dass wir ungefähr so den spielstand hatten Ne Wie wo aufgehört hatten Ähm Bloßballen und sowas das habe ich jetzt nicht immer das müssen wir neu holen Genau quaderballen haben wir gesagt machen wir in den lager hier und in den lager von der schweine her Kartoffel das haben wir ein bisschen umgestaltet für uns hier Das habe ich gesagt das haben wir platziert Saftfabrik haben wir gesehen Ja Die hat sich das hatte ich gestern zu oben gesagt das hatten wir so noch gar nicht Äh Auf dem zettel Weil wir saft auch noch gar nicht gemacht haben Aber äh Hier ist ja auch einiges beim letzten mal schon passiert ne Das war ja das auch mit den Lager hier Hier ist auch das Lager drinnen Orangen Apfelfabrik Beide Produktionen wurden nochmals komplett neu aufgebaut Diesbezüglich gibt es eine komplett neue Halle für beide Produktionen Wie? Kannst du das doch mal langsam erzählen? Also noch langsamer geht ja gar nicht Arke Orangen Apfelfabrik Beide Produktionen wurden nochmals komplett neu aufgebaut Also die Plantagen du hast ja unten rechts hast du die Apfelproduktionen Genau Die Apfelplantage Und links irgendwo war die Orangen Plantage Genau Da ist Apfel Schön Lecker Äpfel Ja das hatten wir letztes Mal auch noch gar nicht an Gange ne Nein hatten wir noch nicht Soweit sind wir gar nicht gekommen Ja richtig Orangen Fabrik Herstellung von Saft Ayrata moin hi Die auch schöne Pfingsten Wo wo das ist aber das ist ja alles das ist ja alles das haben wir diesmal nicht gekauft Das ist ja aber alles hier oben Äh das ne Die Apfelsaft ist da unten rechts und Orangen ist immer noch oben Oben links also da wo dieser Lohnerhof ist da muss die Orangen Plantage sein irgendwo Ja ja die Plantage weiß ich ja Ja Aber da machst du ja im Prinzip Ich sag das müssen wir auch mal an Gange kriegen alles Wir sind wir waren so langsam Wir waren so langsam Dann hast du eine Saftproduktion Ja genau die ist hier oben Sven moin hi Das hatten wir alles noch gar nicht am Laufen ne Ne Ah es kommt Es kommt Wir machen das nach für nach Könnt ihr einen schönen teilbarer Saft saufen Guck mal Saftfabrik Dies deswegen sehen wir es damit gar nicht weil wir hier das noch gar nicht gemacht haben Wir sind hier mal zweimal lang gelaufen Einmal zum zeigen wegen dem Lager was dazu kam und so ne Genau Der kann ganze Hallen austauschen und wir sehen das nicht Ja Und das ist ja da oben in der Ecke müsste das ja sein wenn ich es richtig in Erinnerung habe Ein Stückchen weiter hoch ist dann unsere Pelletproduktion Genau Richtig genau Ja aber die Map kann was ne das wirklich schon das macht wirklich schon Spaß Angesprochen hast du Biofermenter Ja Talbacher Ölmühle Waren wir Industriell Food Pommes Hey Berti Moin Hi Ja Moin Moin Talbacher Industriell Food Ketchup Jawoll Und Lagerhalle Nähe Ölmühle Ja Ja Dann haben wir glaube ich erstmal alles soweit Ja dann sind noch viele Fixes natürlich und Genau Und hier von den Schafen halt wie gesagt hier ist jetzt ein normales Fahrsilo Deswegen verzichten wir auf das zweite auf dem Hof Und die das wurde getrennt hier ne Klick klack Und ja Hof Bigback Füllanlage mit am Kuhstall damit keine Luzerne Pellets in Bigbacks abgefüllt werden Genau das war aber beim letzten Mal auch schon Genau das war ja eigentlich beim letzten Mal schon Genau Ich hab steht da noch irgendwo ne zweite Das Fasier stellt immer noch Kompost her Achso War ich denn stand da bin ich war mir sicher dass da vorher Ja stand doch gerade Stand da aber nicht vorher Füllt schon Häcksel gut Stand da vorher nicht Stand da vorher nicht was anderes Oder hab ich das falsch in Erinnerung Jetzt steht hier Füllstand Häcksel gut Stand da vorher nicht was anderes Immer noch achso ok alles klar Ok also bekommt dann immer noch Kompass da durch Gut haben wir da ja immer noch den Überschuss Den Überschuss haben wir ja erstmal nicht Weil erstmal brauchen wir das für alles andere halt ne Ja Und Kompost und so Was brauchen wir jetzt für Dünger für die ganzen äh Garten Saggeschichten jetzt hier ne Wir brauchen ja Zwiebeln und alles jetzt Salat ist vorbei für die Kaninchen Das können die jetzt knicken erstmal Was ich da raus habe ist die Zugabe von Bioabfall Dafür gibt es jetzt den Fermenter Ah alles klar Hier steht's auch Text richtig lesen und verstehen Ja Ja das ist Weil eigentlich die Größe des Fahrsilos Eigentlich reicht eins ne Was machst du Gras Silas Das reicht bei uns auf jeden Fall Ja Oder du machst da zur Not machst du da Mais rein und Gras machst du als Ballen Kompost gehört aufs Feld Mal gucken Wir haben da schon Wir haben mal mit Kompost Ich glaube ja auf dem Becken noch was Haben wir mal gearbeitet Aber na wir wollen mal gucken Wir verchecken das lieber Dann Moin Hi Hallo Moin Benni was los Bist du schon fertig mit der Kirche Oder ist heute nicht Ich glaube heute ist nicht Guck mal wir haben das Wir haben das Benni Silo hier hingesetzt Das passt so schön wegen den Spuren Guck mal wie das passt ne Als wenn Berni das dafür gemacht hat Es passt eins zu eins Könnt ihr versuchen mit Was heißt versuchen Geht nicht oder was Wenn der Zwischenstreit Können wir keinen Kompost verkaufen Dann machen wir keinen Kompost Wir brauchen Wir behalten das für unseren eigenen Garten Weiß ich egal Kann man das verkaufen? Tatsächlich Ach so was können wir in die BGA stopfen Wie viel bringt das? Ja hier Da kriegst du schon so ein bisschen Da steht's doch Ich mein hier Ach hier bei uns hinten Ja wir brauchen ja Methan Ja das ist schön Gucken wir mal Ach so wie viel Methan das ist Das bringt gar nichts Guck mal das ist an Platz 2 Energiefaktor 1 Ja wie auch Abfallkompost Ja Können wir schön in die BGA stopfen Ja Einfach rein damit Einfach rein damit Ist wie Osterfeuer Da wird alles verheizt Ja gut okay Ja und wie gesagt Wenn alles klappt Und nichts schief geht Oder irgendwas explodiert Oder was sonst was dazwischen kommen könnte Sollte sie am 1.6. dann für alle sein ne 1.6. dann Also das 1.6. dann muss ich da nicht wieder anfangen zu arbeiten Ne am 3. Am 3. fängt der Monat für mich an Habe ich noch Heizzeit Mh Da kann ich Kann ich noch äh Genug zum Laufen bringen Achso ja kein Problem Überhaupt Kein Problem So Ich kann heute morgen nur angeln So Ja okay Also wir haben Vorpack haben wir soweit übernommen Haben wir irgendwas Haben wir irgendwas anders gemacht? Nein Glauben nicht Ähm Was hatten wir nicht mit den Kartoffeln vor? Pommes? Ja Haben wir nicht noch etwas vorgehabt? Schweinefutter Ja gut Das ist ja normal Ja Das werden eure Pommes Hopp, hopp, hopp Aber deshalb wollten wir da eigentlich Genau Deswegen haben wir ein kleines Feld mit Kartoffeln Okay So jetzt die Frage wieder Die goldene Wo fangen wir mit an? Ich muss auf jeden Fall erstmal das Gülle fast beiseite schieben Ja da steht ein bisschen doof da Das brauchen wir jetzt nicht Ja ich Das war ja so haben wir ja aufgehört Ich war ja gerade beim Gülle-Linieren Ach du Flecken wir das mal eben wieder zusammen hier So Ja Ja dann wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern bis wir uns hier wieder eingerichtet haben Ja also am ende des tages wir brauchen alles Scheiße Wo ist denn? Warum passt denn das nicht? Wieso scheiße? Scheiße Könnt ihr da nicht ran an der Seite? Wie? Christian Kopf so weit nicht rum? Ne Ich Achso warte Wo Womit denn dem hin? Ich finde den Punkt gar nicht Musst ihr da nicht rechts ran? Ich glaube der muss da rechts ran eigentlich der Herr Schniefel Du musst schon richtig anfassen Ich kann den nicht anfassen Du hättest nie auf ihn ein ich kann da nichts für Reiner moin hi Herr so gesehen boi boi auch schön fängst dich auch dankeschön Ne kann ich nicht anfassen tut mir leid Den musst du wohl selber auch bewegen Was wir heute in den Nachrichten in der Küche Fragten Sonderreporterin Was? Wir schnall ich nicht Ich bin es ist wirklich zu früh Wir waren ich war wirklich zu lange wach Ich sage euch das Geht da nicht? Ne kann ich nicht anfassen Keine Hört sich komisch an ist aber so So Das kann doch wohl nicht wahr sein Was ist denn das? Habe ich gerade wieder so ein Bild von der Szene im Kopf Musst ihr hier vielleicht hin? Wo muss denn denn hier musst du doch ran? Was ist denn mit dem Güllefass? Wo geht denn das nicht? Ja aber das ist ja gar kein Anschluss Der wird da angequattelt Jetzt muss ich gucken Achso Das kann ja wohl nicht wahr sein kann das ja wohl nicht Ja Was ist denn das immer? So Da vorne gehört er ran sag ich doch Mit der andersrum Da wird sie Ich kann die nicht anfangen Immer noch nicht Mach dich ruhig nicht schmutzig Ja Andersrum Wer sitzt ja Farmhaus Achso Berndi kann das schon wieder nicht fassen Was ist denn? Ich kann das auch nicht ändern Ach guck mal jetzt geht's Ach guck mal Ja Ich hab das immer noch nicht gesehen Was ist denn mit dem Farmhaus? Ich komme noch nicht hinterher heute, tut mir leid Ich merke es ja selber Ich fang jetzt einfach an 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 Im stream Weiß auch nicht Keine Ahnung Weißt du Fang doch einfach an zu mähen Bis ich eingepackt habe dauert es ja noch ein paar Dikaden Hört sich doof an Hört sich doof an Ist aber so Ich dachte im Alter braucht man weniger Schlaf Moment Ich reiz mich nicht Hallo Pinky Wir haben wirklich wenig Schlaf gehabt Wirklich Ganz wenig Schlaf Du willst ins Farmhaus und das Radio in der Küche anschalten Achst ja ist ja gut Es geht ja schon Lass mich erst mal meinen Güllefass an Jetzt habe ich es verstanden Es ist in Ordnung Ich gehe ja schon Hallo Pinky Das müsst ihr eh machen Ihr müsst hier eh auch in die Geschäfte reingehen Und euch das mal anhören Was da alles so erzählt und gelabert wird Das ist ja schon witzig So ZZ ziemlich zügig Mann ich Hetzt mich nicht Ich bin schon unterwegs Aber du Zähne müssen wir ja auch machen Wie heißt das denn?! Wir brauchen die Perlets auch noch tittŒ Noin Hi Moin Ja ich finde so viel schnelle Sachen auch überhaupt nicht mehr geeignet Ich binть so ein Alter auch Ich muss das Ich muss das nicht mehr schnell machen So, ich gehe jetzt zum Farmenhaus. Meinst du, uns reichen erstmal die 25 und die 24? Hm, bestimmt. Gut. Mal gucken, was Bernis Silo so hergibt. Hä? Alle Arbeit und U-Bum so. Wie, was? Ich bin hier unterwegs. Das ist übrigens live U-Bums Arbeitsgeschwindigkeit, möchte ich nochmal sagen. Wenn du dich nicht darauf konzentrieren würdest, mich zu beobachten, würdest du auch fertig werden. LS Stress und ATC. Ja, ATC ist mein Ausgleich, damit ich runterkomme. U-Bum macht Moonwalk. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht tritt er auch Trauben zu Saft. Er ist aber schon langsam, ne? Ist jetzt nicht so? Na ja, komm. Matrix. Hopp! Hopp! Hacken, abkraxen, mich vergessen. Ja, da. Da sind die Lalle-Freunde. Gehen wir bloß weg, wo ist denn die Küche? Hallo? Ist hier die Küche? Ne, sieht nicht aus wie die Küche. Aber auch ein Arbeitsbereich. Ist da gerade ein ganzes Zimmer gewesen? Welche Map gibt es hier zum Download? Ja, guckt doch mal bei LSFM. Da gibt es diese Talbach in einer Vorab-Version. Wenn alles klappt, ab 1.6. dann diese Version hier auch. Oh, Alter, Kuchen. So, wo ist denn das Radio? Ach da. Ne, wo ist das Radio denn? Das ist das Radio. Wo habt ihr das Radio denn hingestellt? Ach da. Radio Talbach, Nachrichten aus der Region. Auf dem Hof von Bauer Knödel wurde eine Kuh mit außergewöhnlichem Talent entdeckt. Diese Kuh kann nicht nur Milch geben, sondern auch Mozzarella kneten und gleichzeitig das Ave Maria muhen. Besucher sind eingeladen, sich das Spektakel von Kunigunde live anzusehen. Der Eintritt ist frei. Der lokale Hühnerhof hat einen Wettbewerb gestartet, um das faulste Huhn zu finden. Gewinner des letzten Jahres Gertrud hat es geschafft, den ganzen Tag nur auf einem Bein zu stehen und dabei kein einziges Ei zu legen. Dieses Jahr legt sie sich besonders ins Zeug. Sie hat sich komplett auf der faulen Haut ausgebreitet und die Arbeit den anderen überlassen. Rückruf für Bio-Eier. Frau Müller vom Bio-Nedler hat bekannt gegeben, dass Jogis Eier nicht mehr angenommen werden dürfen. Kunden hätten sich über die seltsame Konsistenz und den unangenehmen Geruch der Eier beschwert. Gerüchten zufolge sei einem älteren Herrn sogar ein drittes Bein gewachsen. Jogis Eier sind ab sofort im Bio-Nedle nicht mehr erhältlich. Und damit zum Wetterbericht mit Gisela Ginko. Vielen Dank. Heute erwartet uns in Talbach ein wirklich skurriles Wetterphänomen. Am Mittag wird es absurd heiß mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Die Kühe fangen schon an, Eistee zu schlürfen und die Schweine brauchen Sonnencreme. Am Nachmittag kippt das Wetter dann völlig. Starkes Schneefall wird erwartet, aber mit hoher Fauststrahlung. Das bedeutet, Sonnenbrille und Schneefall will gleichzeitig Parat halten. Also Landwirte, bleibt flexibel. Bikini und Wintermantel könnten heute beide zum Einsatz kommen. Radio Talbach, beste Mix fürs Feld. Aber wenn ihr euch nochmal über meine Musik beschwert, weißt du, weißt du. Klar ist Moin, hi. Maxi Moin. Hallo, Moin, Moin. Hier bin ich geboren. Das so richtig Bär, die Mucke, ne? Geil gemacht. Wie gesagt, das müsst ihr hier eh machen. Ihr müsst auch in die ganzen Verkaufslesen mal rein und da die Durchsagen hören und so, ne? Das ist schon echt sehr witzig. Das ist schon echt geil, Mann. Ich will euch nochmal über meine Musik beschwert, die hier gespielt wird, Freunde. Reiß ich eigentlich den Arsch auf. War schon geil. Ist schon wirklich echt gut gemacht, muss ich sagen. Hier ist sehr viel Witz drin, wirklich. Das müsst ihr einfach mal, hört euch das alles einfach mal an. Jetzt muss ich Ehler gleich erstmal in der WhatsApp reinhauen. Ab jetzt jeden Morgen erzählst du mir das Wetter, bitte. Genauso wie auch überall, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wenn ihr überall seid im Stall und irgendwo musst ihr mal auf die ganzen Schilder achten, die da so drinnen hängen. Das ist auch schon echt witzig. Eins musste ich, eins bei den Schafen, das war so geil, das musste ich erstmal screenshoten, ey. Ah, cool. Ehler wird sich bestimmt freuen. Die freut sich immer, wenn sie eine Nachricht von mir kriegt. Aber es wird nicht cool, ja. Da hast du echt Bock drauf zu spielen, ne? Uben, Alter, der Tisch steht hier immer noch und macht nichts. Was, Patty? Wo ist Patty? Du brauchst noch gar keinen Lappen. Das mache ich, da ist sie. Hi, Ela. Hey, moin. Krieger, hier. Ach, doch ein Lappen. Arschi, wer ist das denn? Würde ich mir so nicht gefallen lassen, Uben. Nee, schön, schön, schön. Ja, freuen wir uns. Was soll ich sagen? Geht wieder los, ne? Das ist wieder dieses Phänomen auf dieser Karte. Womit fangen wir bloß an, um Himmels Willen? Also ich bin ja dafür, dass wir jetzt auch mal anfängst. Danke, danke. Ich hab doch schon lange angefangen. Ey, Alter, ich fühl mich wie ich kann nix, ne? Ich schwitze jetzt schon. Zum Glück mich ist so ruhig. Meine neuen Bluthochdruck-Tabletten, die holen mich runter. Das ist wirklich toll. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt freue ich mich, dass ich noch halbtags erst nur arbeiten muss. Dann habe ich noch Zeit, hier ein bisschen was zu machen. Das ist schon cool. Gott sei Dank habe ich... Gott sei Dank! Das ist ja immer geheim. Gott sei Dank habe ich gestern auf Alteichli noch den Jansenhof fertig gebaut. Oder ja, vorgestern Nacht. Das hätte ich jetzt ja schon wieder nicht geschafft. Gott sei Dank habe ich das geschafft. Party, moin. So, okay, gut. Ja, was soll man machen? Ladewagen und ran, würde ich sagen, ne? Ja, dann sieh zu. Ja, ich... Ja, ich komme ja schon. Ja, Wiese ist gleich ab hier, der Erste. Hetz mich nicht immer. Mach ich ja nicht. Ich habe ja extra die neben dem Hof gewählt als erstes. Damit du den Weg nicht so weit hast. Dankeschön. Bin ich auch älter. Ela hat mich schön eingesprochen. Ist super witzig wieder. Ja, kann man so sagen, ja. Das ist geil. Oh, unverkennbar die Stimme. Ja, aber steckt hier für Arbeit drin, ne? Wahnsinn. Absolut irre. Und warum sie ausgerechnet über Kühe berichtet, ist mir jetzt auch nicht unbedingt ein Rätsel. Das war so geil. Weil sie weiß, was ich meine. Das ist ein Insider. Aber ist geil. Zack. So. Hey, Worsi. Alles Nuff Nuff hier. Ey, moin. Guck mal, oben steht hier nur rum. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich... Habe ich eigentlich Stiliermittel hierher geholt zum Hof? Ich bin mir gerade unsicher. Eyla, um diese Uhrzeit möchte ich das nicht nochmal erwähnen, was... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ihr Schweine. Oh, der ist auch da. Oh, auf Fall gesprochen, die Nachrichten. Ah, ist schon geil. Ja, was soll ich sagen? Leute, los geht's wieder. Ja. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun und wenig Zeit. Ich gebe immer noch keine Milch. Hatten wir es nicht gestern irgendwie melken mit kalten Händen? Das auch, ja. Um Himmels Willen. Das ist auch schade. Um Himmels Willen. So hat Herr Lizardheim ja auf manche Sachen geantwortet. Oh, schade, dass der bei L.S. auch raus ist. Aber man gönnt es ihm ja, ne? Aber schade, wirklich. Ja, nun. Aber... Ja, was ich weiß. Hier, Lars, guck dir das mal an. Um Himmels Willen. Mach das weg. Ich kann nie wieder schlafen. Oh, geil. Ne, Ela, diesmal nicht. Das war auch so geil. Wohlfindungsstörung. Hau mal richtig ein. Das halt mit Ziege. Aber so musst du dir mal richtig einen auf den Hinterkopf ballern. Lass uns doch raus, Ziege. Und dann vorbeigehen voll rein auf den Arsch. So, komm, lass raus. Handgemenge und dann Klopperei. Genau. Ich wusste auch gar nicht, sie angelt ja viel. Wenn ich den von hinten anschleißen, immer so, buh. Ob die mit einem riesen Mäden ins Wasser hüpft. Oder kreizt sich wie eine Arbeitskollegin an der Decke umfasst. Uben wieder... Ja, der steht rum. Ich sag's ja. Naja, Mitarbeiter sucht man sich nicht aus. Das ist auch wieder, ne? Er macht was wie happy. Im Lager. Arbeiten wie ein Pony, aber essen wie ein Pferd. Ich weiß gar nicht, was ihr mit Essen habt. Ich hab heute noch gar nichts gegessen. Bist du aus dem Bett gerollt, direkt vom PC? Ja. Ich auch. So kann man das fast sagen, ja. Aber er hat schon ein schönes Brot mit ein bisschen Erdbeermarmelade. Ich brauch ein bisschen Zucker, um überhaupt reden zu können. So, bis gleich, kommt's zurecht. Ich bin gleich fertig. Ja. Ja, ich komme unterstützt gleich dazu. Ich mach die andere, wie sie eben noch. Das ist toll, dass du auch was machen möchtest. Ohne Jagd. Sie waren mal, wir wollen auch die mitmachen. Was trotzdem Pinky so mein Gesicht jetzt nicht gesehen haben. Pinky will heute zusammen mit mir angeln, hat sie gesagt. Oh. Glauben wir, wer der Köder ist. Happy? Nein, wir wollen schon was fangen. Bring ja nichts, wenn du so alten Schmierlappen da am Haken hast. Das ist gelogen. Was denn jetzt schon wieder? Pinky ist zu früh am Morgen. Produzier mich nicht. Saat hier Moin. Hi. Oh Moin. Wir zeigen das bestimmt noch zwei, dreimal, was alles Neues auf der Map. Wir wollen ja niemanden auslassen. Nö. Jetzt wollen wir mal gucken, was Benny Silo taugt. So, was habe ich denn gesagt? Die 24, wa? Ja. Das ist, ruf an, wo du möchtest. Ja. Ich würde gerne einmal die 24. Zum hier Essen oder mitnehmen? Ja, geschnitten bitte. Scheiße. Ah ja. Hier ist, hier ist, irgendeine Hilfe. Warte mal, das habe ich schon mal. Müssen wir das nochmal löschen und neu setzen? Ja, ich habe hier vielleicht ein Problem. Oh. Boah, das ist ja wohl nochmal neu machen. Ich versuche das nochmal einzusammeln. Was haben wir jetzt halt hinter dir liegen lassen? Habe ich stehen auf Affen? Nein. Erstmal, wenn wir eine Ziegel als Köder nehmen, dann. Ich versuche jetzt nochmal einzusammeln. Aber das hatte ich schon mal irgendwo. Ich glaube, auf der Wildbach war das, ne? Wenn das nicht geht, müssen wir ein anderes Ziegel setzen. So. So. Ich weiß nicht mehr, wo das lag. Gewonnen. Wer hat gewonnen? Ja, ich nicht. Geht euch. Geht sich. Ich gönne euch das. Ja. Muss auch schon runter machen. So, okay. Dann testen wir nochmal. Ich würde das mal weiter hier ab. Ja, geht. Vielleicht war ich zu weit hinten noch. Das war wohl mein Fehler. Das war mein Problem. Ziegel nehmen wir mal, wenn man T-Rex fangen will. Ich hatte gestern auch eine Quest, dass ich eine Ziege erschlagen musste. Also ich habe mich da lange gegen gesträubt. Also wirklich, ich habe da richtig drüber nachgedacht, bevor ich das Vieh angegriffen habe. Also, boah, das waren schon lange zwei Sekunden. So lange habe ich gebraucht, um den Zauber zu wirken. Aber stimmt. Das war auch schon so eine Lieblingsstelle bei mir bei Jurassic Park. Ziege da. Flup. Ziege weg. Flutschi, ich schicke dir nachher was. Das Insel Diabetes. Wow. Ich habe das in den Griff. In drei Monaten, wenn das so weitergeht, brauche ich die Tabletten schon nicht mehr nehmen. Ich bin geheilt. Zieht. Da sagt noch mal einer, was in den Klingelbeutel stecken, bringt nichts. So. Gehen wir hier mal rein. Toll, mit was haben wir denn noch verdichtet? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe mir jetzt gerade eigentlich wollte ein Verteiler holen, habe ich das letzte Mal gesagt. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ein Trecker, war verdichtet. Tschö, dünn. Ja. Ich bin mal gespannt, was er da wieder hat. Du musst ja aufpassen, dass du Diabetiker. Steierfahrer, danke für den Follow-up. Moin, moin. Was ist denn da, was reinigt? Der zieht mir jetzt in Szene raus. Kommt auf an, wer den Klingelbeutel reicht. Da kann es nichts rausnehmen. Kommt heute, ah, wir haben ja mit dem Klingelbeutel rein. Ist da nur so ein Schlitz für eine EC-Karte. Ziehen Sie bitte langsam durch. Oh, war ja. Aber ja, Ela, immerher damit. Ach, du Scheiße. Was denn? Oh, das ist ja trollig. Wer ist trollig? Da wir ihn zeigen, ja. Ich werde es ja gleich sehen. Gott, ist ja putzig. Meine Schwester hat auch gerade viel altes, ja, neun Wochen. Zehn Wochen. Das ist ja auch kein Stein. Darf ich zeigen, Ela? So, ich warte ab. Ich halte es in die Kamera. Ja, zeigt. Mach mal eben größer. Da ist es so süß. Da kriegst du wirklich gleich Diabetes. Da ist ja trollig. Jo, Junge. Die bringen auch wirklich Stimmung in die Bude, ne? Und das war jetzt schon wahrscheinlich doppelt so groß wie Toulouse, meine Hunde hier. Streamcoup. Das ist noch kleiner, als man denkt. Wahnsinn. Ja, Toulouse war ja wirklich nur eine Hand groß, ne? Wahnsinn, ey. Aber so kleine Hunde sind immer süß. Weil meine Schwester hat jetzt so eine französische Bulldogge. Allerdings irgendwie so ein größeres Modell. Total drollig. Ja, schön. Ja, Dani, moin, hi. Moin, moin. Ja, voll süß. Nämlich. Sieben Wochen alt, also noch ganz, ganz frisch, ja. Ich glaube, auch mit acht Wochen hatte meine Schwester den, glaube ich, bekommen. Ob ich das noch richtig weiß. Und erst so ganz vorsichtig und auf einmal werden sie frech. Total super, ey. Ja, cool, ey. Reines Wasser, huch. Nicht abbiegen hier. Nicht in den Graben fahren. Wo steht er die ganze Zeit rum und guckt nur? Wop, 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 wop. Du merkst schon, dass er so einen Bart hat jetzt, ne? Mittlerweile. Ja, aber du schießt ja immer noch rum. Ja, da geht, da reagiert keiner mehr drauf. Die Leute wissen, dass ich arbeite. Dass ich fleißig bin. Gleich kommt wieder ein neuer rein und sagt, warum steht ein Umer die ganze Zeit eigentlich nur rum? Macht ja gar nichts. Der ist ja wie Martin, nur dass er keine Bushaltestelle ist. Wollen Sie denn hier, wenn der neue Schiffantreiber? Oh ja, das war auch geil. Unvergessen. Ach so, erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich dir nachher was zu der Karte noch sagen muss. Du mir. Ja, bevor ich das vergesse. Der Lunger ja immer noch da rum, siehst du? So, guck mal, was wir ein bisschen plattgefahren kriegen eben. So. Ich weiß gar nicht, ob das in den Trecker, das reingeschrieben wurde mit dem Verdichten. Ach, warte, warte mal, der, der, der hier, 14.5. hat das ganz gut gemacht, ne? Ja, da hast du das doch mitgemacht. Schaufel dran. Ich erinnere mich gerade. Ab geht's. Ich erinnere mich. So langsam wacht das Hirn auf. Toll. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hab mich schon gewundert, dass ich hier kein Level abkriege. Aber ist ja gar nicht, weil du auch Warcraft bist. Wir sind ja in der L.S. Hä? Hä, äh? Ich hab Marken auch noch nicht gefunden. No. Der hat nichts zu tun. Es ist Sache. Mach eine Bush-Haltestelle drumherum und du weißt, wer es ist. Ja, da bin ich aber der Falsche für. Ich hab's nicht so mit Bush-Haltestellen. Ja, bei dir müsste es ein Imbisswagen sein. Ich hau mir so viel Fastfood gar nicht in den Kopf. Jetzt kannst du dich auch langsam braten, die Wurst. Ich brauche einen Verteiler. Ich werde mir den nächstes Mal holen. Ich verspreche's. Nicht stecken bleiben, Freundchen. Ich glaub, der wurde nachträglich angebaut, ja. Ist ja Volker. Moin, hi. Moin. Uwe ist ein Netrunner, der bitt mit Telekinese. Hauptsache, er macht die Schwad vernünftig. Er kann das machen, wie er will. Nicht, dass da so ein Bergschwad kommt. Ich erinnere mich noch an, da wir hatten schon mal eine Schwad, da musst du dich mit zwei Trägerhof ziehen. Ja, die ist aber nicht von mir gewesen. Die war nicht von dir. Hier hab ich aber auf die Anung geschüttet. Die war auch wirklich groß, ey. Wegen der Fahrt-Konfi. Ich sag ja, irgendwas ist hier vielleicht nachträglich reingekommen. Der ist auch schon, der ist schon wieder so alt, der Träger. Ich kann das nur noch so anpeilen, ungefähr, ne. Was will Uwe mit Mayonnaise? Diesen hier. Macht Uwe da gerade Pause? Thomas, moin. Naja, verdient der Bummelt jetzt zumindest nie. Was, der bummelt? Da bummelt der. Aber der hat sein, der hat sein OBS wieder repariert. Mhm. Der will wahrscheinlich auch noch streamen. So ist der Plan eigentlich, ja. Wann denn? 16 Uhr. 16 Uhr will der streamen. 16 Uhr, ja. Müsst ihr da auf Uwe mal draufklicken. Der ist ja im Titel verlinkt, quasi. Müssen wir mal gucken, was der für Schandtaten macht. Ja, bei mir geht's auch der Talbach weiter. Ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding. So, noch zwei, dreimal Minuten. Deswegen stehe ich jetzt hier auch rum. Hatt mich auch noch mit dir tun, aber. Müssen ausruhen nachher. Ja. Blöden, wo sie moin. Uwe ist auf der Suche nach Oiter. Vielleicht wärmt er sich gerade die Finger auf. Ich habe fast nie kalte Finger. Warum hat der Bulle so große Augen? Bitte. Uwe. Ah, hier, doch. Jetzt folgt doch die Schaufel. Hier ist ein bisschen, da habe ich einen Haufen gemacht. Na ja, hat die vorhin gemacht. Danke. Ich bin ja auch eigentlich doof, um diese Uhrzeit zu streamen, ne? Ah gut, halt. Nein. Da, wo ich angemeldet hatte, wusste ja nicht, dass ich die halbe Nacht noch wach bin, um das vorzubereiten hier. Da dachte ich noch, ich gehe die normale Uhrzeit ins Bett. Aber so ist das halt. Das ist richtig. Ich hätte es ja auch früher um angehen können, aber habe ich ja gar nicht geschafft. Da waren andere wichtige Sachen auf dem Zettel. Naja, Mensch. Da habe ich bestimmt mit der Ziege diskutiert wieder. Versucht oben schon wieder die Bullen zu melken. Ja, Milch ist Milch. Das ist wie mit einer guten Fleischwurst. Ihr wollt nie raten, was da drin ist. So. Dann hole ich mir mal einen Ladewagen und dann unterstütze ich den irgendwo mal. Das ist ja toll. Weil die zweite Wiese ist nämlich auch schon runter. Ja, ich muss ja Haufen machen. Eigentlich kann ich das Mähwerkzeug am Hoch stehen lassen, weil Luzerne brauchen wir ja auch hinterher. Ja, das stimmt. Ich muss unbedingt lernen, besser abzuladen. Einfach das Tempomat einstellen auf 5 und dann durch das Silo fahren. Auf 5? Wie oft willst du da durchfahren auf 5? Wieso auf 5? Das ist schnell genug. Du musst ja auf die Ladegeschwindigkeit gucken von den Ladewagen, ne? Ja. Weil normalerweise bin ich immer mit 2 oder so da durchgefahren. Um Gottes Willen. Kein Wunder, dass das so dicke Ocken werden. Nee. Sonst ist ja gar nicht leer, wenn du am Ende ankommst. Ich zeig dir das gleich. Ich hänge am Ziel. Haufen machen? Ich hoffe, den Trecker. Nee, da ist doch für Kompost so ein kleiner Ding. Wichtige Sachen. Wichtige, siehst du? Wichtige Sachen. Du hast verstanden. Sitzheizung, Thomas. Sitzheizung. Pinky, merkst du selber? Du bist wichtig. Stimmt, Schwimmkurvenplatz setzen, mach du mal heute. Ich kann heute nicht. Aber sie wird das hinkriegen, den Stream. Die setzt sich hier hin und sieht einfach süß aus. Stream-Crew-Cam. Vielleicht soll ich mir so eine kleine WLAN-Cam holen und ihr das irgendwie auf den Kopf binden oder so. So, einmal noch, dann ist es glatt genug. AXA TV, moin, moin. Soll ich das nicht immer im Stehen? So, Ladewagen zweiten. Miete ich mal eben. Habe ich Rechte? Hm, nee, also weiß ich auch nicht. Ja, ist immer dasselbe. Stream-Crew-Cam? Ähnlich mal Content. Alter. Ich könnte mir hier den Eicher mitnehmen und mit dem Kleinen. Hier, mit so. Hahaha. Ja. Na, also weißt du was? Ich will nicht gerecht werden. Manches Mal. Hm? Aber nur ab und zu. Würde ich so gerne in den Finger kriegen. Und eine reinhauen. Hahaha. Aber nur ab und zu. Also manchmal ist das wirklich so, das dauert. Kennst du das? Wenn du so fünf Minuten Gespräch führst und dann irgendwie das Gefühl hast, du musst denen gegenüber unbedingt ein paar aufs Maul hauen. Hahaha. Ja. Und dann steht, weißt du, dann steht es auch noch vor dir so nach dem Motto, put die Hand, mach doch. Gib den Zauber Zucker. Mati, moin. Hi. Moin. Boi. So. Gehen wir hier rum. Oh, rein hier wieder. Mitnehmen, was geil. Also wenn wir ganz hardcore sind, können wir auch noch unsere eigene Kalkproduktion wieder aufbauen. Drehen, drehen Schredder. Aber den muss ich erst leiser drehen. Ja. Sonst zerstört der wieder unsere Ohren. Gerade zu Anfang brauchst du ja hier Kalk ohne Ende beim ersten Mal, ne? Ordentlich Mehl auf den Lachs. Ah, wäre mal wieder warm angeln. Ich habe ziege schon geschmissen, ne? Da muss ich dir im Prinzip nachher das Self-Camp nochmal hochladen. Ja. Sonst fängst du ja auch hier von vorne an. Richtig. Ich meine, so bist du mal gezwungen zu arbeiten. Nicht, dass ich nur rumstehe. Ja, echt, ich ziehe mal vor. Ich ziehe mal vor. Quatsch, moin. Weißt du schon? Moin. Ne, der hat ja gerade moin geschrieben. Jetzt sind wir wieder beim Angeln. Das Thema lässt uns nicht los heute. Toll. Guck mal, dann haben wir den Montag auch schon geschafft. Mensch, endlich geht die Woche wieder los. Jetzt kann ich euch ja gar nicht auf den Sack gehen. Sonst sage ich aber, denkt dran, morgen ist Montag. Ist ja gar nicht. Ist ja schon Dienstag, weil wir Wochenende. So. Mal da drauf. Den Dressen, vielleicht, nö. Mal gucken, ob alles mit kriegen gleich. Und wir waren letztes Mal so dicht davor, Luzerne-Pellets abzufüllen. So ein Stück davor waren wir. Wir müssen schneller spielen. Hast du die Liermittel gar nicht gekauft letztes Mal, oder was? Das weiß ich nicht. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe irgendwo da ein paar Dinger reingestellt. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier hängen bleibe. Also hier steht nichts beim Händler. Nee, beim Händler doch nicht. Bitch, we have you to who's that with that. You have to who's. Ich muss das nur jetzt wissen, weil jetzt stehe ich beim Händler. Ich lade schon mal ihm hin. Bin ich weit weg. I'm walking. I'm walking. Du weißt, dass du auch ne Rentas sagst, oder? Harald, boi, sei grüß. So, ja, hier, guck mal, steht. Hier steht es rum. In der Halle? Ja. Um Gottes Willen, da steht ja so viel. Ja, ich habe mir richtig einen auf die Kacke gehauen. Okay, komm. Ist doch alles da. Uben. Als hätte ich da nicht vorgesorgt. Willi dich. Ich weiß, Tempo mal auf 5, sagst du. Mhm. Ja, genau jetzt muss er natürlich hängenbleiben. Ich fass es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Warum kann er jetzt wieder... Ach, da hat er, guck mal. Hast du den dicken Hucken vorm Trecker? Nee, er hat da hinten schon wieder Gras hingemacht. Also, irgendwas ist hier mit der Abmaßung scheinbar nicht richtig. Weiß gar nicht, ob das da... Also, das machen wir jetzt mal so, dieses Silo. Vielleicht müssen wir es austauschen noch. Oder nochmal neu setzen. MB-Tag ist geil, ja. Der ist wirklich richtig gut. Fail. Was heißt denn Fail? Pinky, bitte sei lieb. Es ist einfach zu früh für eine Schlägerei. Master, du moin. Hi. Jetzt müssen wir das nochmal... Jetzt müssen wir das nochmal hier. Also, darf man erst würde ich dahinter anfangen. Das darf doch nicht wahr sein. Also, okay. Fang wirklich erst weiter eine Mitte an abzukippen. Was ist das für ein Scheiß? Also, das machen wir jetzt einmal so fertig. Und wenn das dann... ...wieder verfüttert ist und so, dann müssen wir gucken, ob wir dann alles entsetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, woran sowas liegt. Ist das das Silo, was da schuld ist? Oder... ...haut da sonst irgendwas zwischen. Müsste ich mal auf der Dings noch mal testen. Vielleicht sonst eben auf der... ...Alt Eiche. Da haben wir es ja auch stehen. Ich hoffe, ich sammle da jetzt alles ein. Ah, sieht aber gut aus. Weil zu früh ist die Pinky 100% Sieg-Change sind. Ach, das kann nicht sein. Angreifen, wo das Ziel weiß, was abgeht. Nein. Pinky glaubt mir. Will ich dich sehen, soweit ich dich sehe, will ich immer mit einem Angriff rechnen. Mag ich die Fahrsidus und LS nicht? Okay. Also ich hab da eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise wenig Probleme. Also das haben wir wirklich mal immer, ne? Ich hatte das einmal auf dem Wildbachtal und einmal noch irgendwo anders. Ansonsten hab ich da Gott sei Dank bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Aber ich teste das auf der Alteiche nochmal. Jetzt fahr ich einfach von der anderen Seite ran. Dann sollte man das Problem... Genau. Dann fahr ich von der Seite ran. Dann teste ich das nochmal auf der Alteiche und sonst müssen wir mal eben Bernie schnacken, ob er eine Idee hat. Dann fahr ich von der Alteiche und dann fahr ich von der Alteiche und dann fahr ich von der Alteiche. Komm jetzt mal auf der Alteiche und dann fahr ich von der Alteiche und dann fahr ich von der Alteiche und dann fahr ich schon mal da. Ja schon, die anderen Silos haben ja funktioniert. Dann ist das wahrscheinlich nicht irgendwas mit den Silo, ne? Okay. Guten Morgen aus dem Feiertag, in den Feiertag, drinnen rein. Moin Fabio. Danke fürs Teilen, für die Geschenke von den Maddinen. Dankeschön. Moin Fabio. Geschenke. So. Ja, ich muss mir in der Halle erstmal Platz machen. Wie Platz machen? Dann bin ich an der Seele dran. Kannst du mit der Hand hochheben? Nee, ich kann nicht hochheben hier auf der Karte. Doch, klar. Nein, das kann ich nicht. Das ist aber auch, also die Dinger kannst du nochmal mit der Hand hochheben. Da hättest du gesagt, wer da hergekommen. Ja, ist egal, jetzt bin ich schon voll. Ja. Sag doch was, Uben. Wir können hier weiterhelfen, wirklich. Selbst ist der Mann. Hm? Echt? Fünf Minuten später in der Küche. Ich krieg nichts zu essen. Ich muss jetzt verdecken. Da. Mal eben die Ziege hier reinkicken. Ziege, kriegt rein, Bruder. Kick by Change. Oh, wow. Jetzt werde ich, Mann. Boah, Alter. Was ist mit ihm? Ja, da wollte ich gerade dieselbe Spur nehmen. Ich dachte, du bist auf den Armfeld unterwegs, Mann. Nee, nee. Ich musste ja erst mal das Seelimittel holen. Okay, gut, dass ich den Restwässer hat reinkriegen in deinen kleinen Lahlwagen da. Ich denke auch, ja. In den kleinen. In deinen Mini-Winni-Würsting-Kette. Ich wollte eigentlich erst mit dem kleinen Eicher sammeln kommen. So wie du Spaß hast. Nein, alles gut. Aber wir haben ja auch ein bisschen was schaffen, ja. Hier, das ist Bernis Lied. Aber der ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen eine Kirche. Ist denn heute Kirche? Bei ihm ist immer Kirche. Sonst rennt er von Haus zu Haus hier mit dem Gebäude. Echt? Haben Sie nicht was vergessen? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Nicht so doll tanzen, Ziege. Nicht, dass die Fische vor Angst so aufs Land springen. Man muss echt den Mund halten. Ich weiß, sie provoziert es aber auch einfach. Hm, 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 hm. hängt ja schon wieder fest das könnte ich jetzt auch denken ja das ist hier aber das darf doch nicht mal seine handlos wird keine chance festgefahren sehe ich vermute jahr zwerg angeln am pc ich mag mich täuschen aber ich glaube die pc jetzt bin ich gleich maximal von den ladewagen bedient keine chance was für ein tag so du sackgesicht ich merke dass die wirkung meiner bluthochdrucktapetten nicht wirkt der pult steigt so langsam die für bult ist für bluthochmann egal was das kommt beides gerade hoch das muss jetzt noch wieder platt kriegen scheiße außer du hast beta blocker gekriegt dann denkt ja auch den pulsfrequenz ja ich habe mir ist halt egal alles was ich gekriegt habe schmeiße ich morgens rein und gut wird ja für etwas gut sein so machen wir den haufen wieder platt ich komme schon mit was neuem könnte vielleicht darum dass du rauskommst ja dann fahr erstmal platt da kann ich mir noch ein kaffee machen wie snack platt wie snack platt ja schon ein kaffee machen okay ha 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 Schau, jetzt hier Schiebung. Junge, es sieht ja aus wie die Harzer Berge. Es ist eine Katastrophe, sag ich dir. Hier, Leute, fleißig tippen hier. Ausrufezeichen, jagt euren Einsatz dahinter. Zack, zack. Ich führ das Buch drüber. Ja, kriegen wir hin hier, glaube ich. Ich glaube, dann setze ich nächstes Mal wieder das andere einzelne Silo dahin, weil da hat er ja funktioniert. Sonst haben wir hier jedes Mal wieder egal, da dicht ist auch noch Gras, dann lässt er bestimmt wieder ein Loch, wenn wir das zumachen. Ja, das kann sein, ja. Aber welches Silo war denn das beim letzten Mal? Dieses Schwarzen, da hatte ich doch, weil ich das aus dem Mod hab. Ja, genau. Aber liegt das dann am Silo oder an der Bodenplatte wieder auf der Meppe? Ja, das andere hat ja funktioniert. Okay. Da war keine Probleme. Bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Ich glaube, auf der Alteiche hatten wir das doch auch. Bin mir da fast sicher, dass wir da auch so ein Loch haben, was ich nachher gefüllt hatte mit einer Schaufel. Das sieht schon sehr interessant aus, was du da machst. Ja, danke, ich gebe mein Bestes. Mehr geht einfach nicht. Wolfi, moin. Und danke für dein Lüsterb im 52. Monat. Danke schön dir. Und Wolfi. Und die Jagd auch noch gewonnen. GZ. Dankeschön. Ja, GZ. Dirk, moin. Hi. Moin. So, guck mal im Kaffee. Kastrophe, du, wenn das Ernst sieht, dann kriegst du wieder Backenfutter. Der wird schreien, ey. Hol ihn doch raus aus dem Träger. Was bockt ihn doch? Geht mir doch wieder mal an. Da kann ich jede mit irgen. Ach, guck mal. 2155 Stunden, ey. Krass. Heftig. Also, ich glaube, gleich kann er zumindest mal rauf fahren. Nächstes Mal habe ich auch wieder einen Verteiler hier. Ich will gerade, ob ich so einen nehme, den ich hinten ran mache zum Verteilen oder ob wir diese Walze nehmen einfach zum rüberfahren. Das wird ja auch nicht schlecht. Erstmal wach werden. Das hatte ich heute Morgen auch schon, du. Erstmal wach werden. Das war's. Das war's. Ich glaube, gleich haben wir es zumindest erstmal so. Ja, hier wird ein Loch lassen. Da ist jetzt halt, ob ich jetzt meine Schaufel da rausgehoben kriege. Müssen wir doch mal testen, sonst haben wir gleich wirklich ein Problem. In den 5 Uhr wach, mein Körper dachte, arbeiten gehen und so. Gegen 10 noch mal hingelegt, 3... Ja, das ist ganz gefährlich bei mir auch. Wenn ich da noch mal hingelegt, dann ist... Powernap kann ich nicht, da ist dann gleich so Nacht. Okay. 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 Das ist heiß. Das ist so entspannt, dass ich jetzt noch zwei Wochen halbtags anfange und dann ab 1.6. will ich wieder ganz arbeiten. Das ist so Tagesform. Manchmal ist es ganz gut, manchmal ist es nicht so gut, aber ich will wieder los. Reicht. Krieg ich schon hin. War ja nicht so moosnacht sein, wenn man ein bisschen wehtut, dann ist das halt mal so. Uwe, ich glaube, den Rest kannst du in den Fermenter reinpacken. Ja, kann man so machen. Weil das ist ja sonst, wäre das hier zu viel. Sonst ist alles gut, ja. Noch frei, muss mittwoch erst wieder zum Dienst. Alles schick. Ja, auf jeden Fall. Je länger die Zeit vergeht, desto besser wird es im Moment. Ja. Vielleicht auch mit dem Wetter. Ja, die Tabletten setzt sich weiter ab. Ja. Aber jetzt von 19 mich jetzt runter auf. 19. 15. 14. 14 habe ich jetzt noch. Ne, 15 habe ich eine neue gekriegt. 4. Was auch alles dinge schuldig wird. Fit werden wir, ne? Weil ... Auf gar keinen Fall gehe ich in September ins Krankenhaus. Auf keinen Fall. kriegen die mich nicht hin. Dass das manchmal so besser ist mit den Ladewagen, dass er zu schnell raus plumpsen lässt oder so. Das kommt mir so vor, als dass mit manchen geht das total super, mit manchen ist das total so plumpshaufen. Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist gut. Carbon, moin. Das ist wirklich gut. Also das letzte Add-on, das mit den Drachenfliegen, war eh mein bis jetzt liebstes, da ich mal, weil das Level und so war ganz einfach, dadurch, dass du die ganze Zeit ja fliegen kannst. Und dieses Mix of Pandaria, das Event ist wirklich cool, was ja auch ein cooler Zeitabschnitt war, davon mal abgesehen, ne? Macht echt Spaß. So, manchen sitzen da auch einfach nur und angeln, das geht auch. Das ist auch gut, ne? Ja. Die neuen Ballen muss man die extra runterladen, weil das habe ich nicht welche in neuen Ballen. Sorry, das steht gerade auf den Schlauch. Nächstes ging angeln, auf gar keinen Fall. Ballenlager, ne. Ich habe nichts neu runtergeladen. Achso, ach, Mann, halt. Das ist eine Vorab-Version. Ja. Diese Version, das ist die Final-Version, die wir jetzt haben und die kommt voraussichtlich am 1.6. Hier sind ja, ich kann es noch mal zeigen, wir zeigen das gleich noch mal. Es sind ja noch mehrere Neuerungen hier. Das ist ja wieder noch ein ganzer Bereich zugekommen. Für Pommes, Ketchup, Lager. Wieder dann Neustart. Ja, also klar, da ja die Map verändert wurde, muss ja ein Neustart sein, ne? Aber das ist, wie gesagt, die Final, ne? Finally. So, dann haben wir es auch gleich hier. Oh ja. So. Zack. Jo, 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 jo. Ey, Vic, moin, hi. Fünfer-Serie, dankeschön. Wünsche ich dir auch ein schönes Stingswalken-Ende. Oder was noch davon über ist. Ist auch eine Mayo-Fabrik? Also auf jeden Fall Ketchup. Mayo ist aus. Oh, scheiße. Dann gucken, ich klappe was. Wollte ich mir jetzt. Achso. Ist da geklappt. Dann nehmen wir den Rest da eben weg. Wir können es halt nochmal zeigen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Oh, in den Femme. Ach, hier ist es. Warum nicht? Ich gucke. So, zack. So, haben wir das auch gleich. Links, rechts, links, rechts, zaukel. So. Eigentlich können wir den eben beiseite stellen, aber zu weit weg braucht er nicht, weil die Luzerne müssen wir auch noch machen. So. Ich stelle mir einfach mal eben hier vor. Zack. So. Okay. Levelyt. Leicht überfordert. Ja, versuch, wenn du dich hier eingeschwittert und fängst eine Map an und ohne diese ganzen Sachen, dann stehst du da und weißt gar nicht, was du machen sollst. Dann denkst du, äh, ach nee, geht ja gar nicht. Weiß ich mal, das ist so mein Ding immer. Man gewöhnt sich ja an, irgendwie was zu spielen und dann hast du diese Sachen auf der anderen Map auf. Und dann denkst du so, hm, kacke, was machen wir jetzt? Also es ist wirklich so, auch der Witz hier dran an dieser Map. Ich sag ja, geht in die, in die Wohnung, hätte ich fast gesagt, in die Gebäude rein und lest auch mal die Schilder, die da überall hängen. Da haust du dich weg, ne? Hier war doppelt. Das ist gar nicht so, das ist ja alles, du musst es ja nicht. Aber wenn du willst, greift hier alles aneinander, ne? Aber du musst es ja nicht machen, du kannst ja auch ganz normal spielen. Die ist ja auch so einfach hübsch, ne? So, nicht wundern, was sich hier erinnert hat, ne? Tore gehen nur noch von innen hier auf und zu. Wie vorher in den, äh, auf den Lohner-Ding da auch. Von außen gehen sie nicht mehr auf. Ähm. Ja, ich kann es ja auch noch mal zeigen. Auch in den Supermärkten und so, da müsst ihr das jetzt einfach mal anhören. Wenn ihr da reingeht, irgendwie, ich glaub, wo ist der Herr Meier? Bitte hierher, kommen Sie, zack, zack. Oder das war ja hier in die Küche. Radio anschalten, hatten wir vorhin schon. Das ist aber so ein bisschen. Ich lasse das noch mal spielen. Radio Thalbach, Nachrichten aus der Region. Du warst an den Schildern? Geil, ne? Auf dem Hof von Bauer Knödel wurde eine Kuh mit außergewöhnlichem Talent entdeckt. Diese Kuh kann nicht nur Milch geben, sondern auch Mozzarella kneten und gleichzeitig das Ave Maria muhen. Besucher sind eingeladen, sich das Spektakel von Kunigunde live anzusehen. Der Eintritt ist frei. Neu Thalbach, der lokale Hühnerhof, hat einen Wettbewerb gestartet, um das faulste Huhn zu finden. Gewinner des letzten Jahres, Gertrud, hat es geschafft, den ganzen Tag nur auf einem Bein zu stehen und dabei kein einziges Ei zu legen. Dieses Jahr legt sie sich besonders ins Zeug. Sie hat sich komplett auf der faulen Haut ausgebreitet und die Arbeit den anderen überlassen. Rückruf für Bio-Eier. Frau Müller vom Bio-Lädler hat bekannt gegeben, dass Jogis Eier nicht mehr angenommen werden dürfen. Kunden hätten sich über die seltsame Konsistenz und den unangenehmen Geruch der Eier beschwert. Gerücht zufolge sei einem älteren Herrn sogar ein drittes Bein gewachsen. Jogis Eier sind ab sofort im Bio-Lädler nicht mehr erhältlich. Und damit zum Wetterbericht mit Gisela Ginko. Vielen Dank, Hubi. Heute erwartet uns in Talbach ein wirklich skurriles Wetterphänomen. Am Mittag wird es absurd heiß mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Die Kühe fangen schon an, Eistee zu schlürfen und die Schweine brauchen Sonnencreme. Am Nachmittag kippt das Wetter dann völlig. Starkes Schneefall wird erwartet, aber mit hoher Fauststrahlung. Das bedeutet, Sonnenbrille und Schneefürfel gleichzeitig Verrat halten. Also Landwirte, bleibt flexibel. Bikini und Wintermantel könnten heute beide zum Einsatz kommen. Radio Talbach. Der beste Mix fürs Feld. Das ist so greifisch. Das hat das Lied eigentlich auch der Närtling eingesungen. Also ich sag ja, ihr müsst hier auf so viel achten oder ich, was ich, ich sag ja, da bin ich auch weggeschmissen. Kann ja mal eben hinhüpfen. Ich mein, das singen hier unten. Ach, gehört mir jetzt gar nicht rein, ne? Hing das nicht hier? War das nicht hier? Doch, hier, da. Da habe ich erst mal Discord gemacht, das finde ich so geil. Windstärken, nix. Büschenwind, Schietwetter, oha. Das oha, Alter, das haut mich weg. Das war das einzige, war eine KI, ne? Ja, das kann ich mir denken. Das klingt nämlich so ähnlich wie das, was, ich weiß nicht, weil Felix, ne? Der hat das für uns gemacht. Den Lied da. Also ich will, achtet hier so ein bisschen auf die Details auf. Wenn ihr mal in den Supermarkt reingeht und so, das ist schon, ne? Ich will gar nicht spoilern, aber das lohnt sich da schon mal zuzuhören. Frau Meier, bitte kasse drei. Frau Meier. Dämm. Aber du bist da wirklich drin, Alter. Frau Meier. Hört euch das an, ich will da gar nicht spoilern. Die Hennen fragen noch am Telefon nach Ihnen. Oh, Ehrwulf kommt wieder. Toll. Ja, also was noch neu ist hier, ist zugekommen. Nochmal das Dorf hier quasi, das neue, was ja eh neu war gerade, ist jetzt hier oben noch erweitert worden. Wieder hier, gibt's schön, äh, Frittenöl. Frittenöl, wie ich das noch richtig weiß, kann nicht verkauft werden, aber da könnt ihr Pommes mit herstellen. Zack. Hier haben wir noch Speiseöl. Ich glaube, hier war dann auch noch genau Methan, das könnt ihr dann hier gleich wegholen. Da hat nämlich auch, hä, keine Biogasanlage. Bier auf dem Hof, aber zack. Geldsubstrate rein und dann gibt's hier nämlich Methan und Kompost. Kompost? Ich seh schon, wir haben bald so viel Kompost, dass ich dann doch damit streuen muss, oder machen. Boah, ich hab's auch noch gar nicht gesehen, wie's aussieht. Ja, gut, wär ja nicht so schlimm. Nein, nein, das können wir machen, ich hab ewig schon keinen Missstreuer mehr gehabt und damit gearbeitet. Eber. Auf der anderen Seite dann gleich, wo? Hier wird angeliefert. Jetzt habt ihr eigentlich mal, jetzt müsst ihr wirklich mal zu sehen mit dem Garten. Vor allem wir müssen zu sehen. Hier gibt's nämlich Ketchup und das braucht ihr Tomaten, Zwiebeln, Zuckerrüb, Schnitzel, das ist auch mal ganz cool. Da können wir mal so ein bisschen rumschnetzeln. Und da bekommt ihr dann Bioabfall, was wiederum in den Fermenter rein kann und verschmutztes Wasser, was ihr zur Kläranlage bringen müsst. Ja, und bei den Pommes auch Bioabfall und verschmutztes Wasser. Und da braucht ihr nämlich das Frittenöl. Ja. Was auch cool ist, muss ich sagen, was uns gestern wirklich, das war, da haben wir uns echt gefreut, ist dieses kleine Lager hier. Das ist cool, ne? Das ist auch dieses, dieses Giant Standardscript, ne? Wo ihr die Paletten einlagern könnt hier. Zum Beispiel, ich hab jetzt mal einmal getestet mit dem Ketchup und wenn ihr das rausholt, zack, machen wir hier, zack, starten. Dann spawnst du dann hier zum Abholen, ne? Und wie gesagt, klopft das nicht so voll. Habt ein Herz für die Performance. Also die Lage, wo? Was alles steht auf das Display? Steht im Display? So. Was meinst du hier? Gelstubstrat ist ja das eigentlich... Ach so, ja genau. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja der Biofermenter, genau. Und BGA ist ja, das hatte ich schon gezeigt, das ist auch halt total super gemacht. Flipp. Hier, deswegen haben wir gesagt, wenn wir zu viel Kompost haben, brauchen wir es hier einfach mit rein, weil das ist von Energiefaktor halt schon sehr hoch, ne? Bioabfall, Kompost und Silage halt das meistens, ne? Aber wenn wir keine Lust haben zu streuen, ich hatte es sogar mit Mist gemacht, wo wir zu viel Mist hatten, haben wir ihn auch hier einfach reingehauen, weil wir zu Anfang ja gut Methan brauchten halt, ne? Weil wir haben dann ja letztes Mal schon die Getreidetrocknung in Gange gehabt. Wir brauchen hier für die, für Heu, Gras, Trocknung brauchen wir Methan. Und wichtig, damit werden wir anfangen, ist hier für die Pelletverarbeitung, ne? Luzerne. Wir haben eine Luzerne, das werden wir abhauen aus hier rein. Die Pellets, das fand ich auch ganz cool, dass das gemacht hat, die werden wir dann, das werden wir diesmal auch schaffen, bevor ein neuer Spielstern kommt, die kann man dann hier abfüllen, ne? Und dann kannst du damit füttern. Das finde ich nämlich ganz cool. Ja, wenn wir mal ein paar Big Bags an der Seite haben, das ist schon cool. Die kennen den Raum nicht, aber die müssen noch dort reingehen zum Anschalten. Oder drücken die einfach über das Menü wahrscheinlich, ne? Aber ist geil, dass es da halt dran steht, ne? Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Ja, wie das Video haben wir hier gesetzt, da werde ich jetzt noch ein anderes nehmen, das zickt so ein bisschen. Dann fanden wir es ganz cool hier mit den, haben wir diesen Haufen hier hingesetzt, mit den Kartoffeln. Das passt hier so schön neben. Ja. Also, freut euch. Das wird wirklich schön. Ein bisschen Kompost, das werden wir die wieder abgreifen, dann werden wir dann unser Garten wieder in Gang kriegen. Dann müssen wir mal, wir brauchen Zwiebeln. Ja, genau. Was auch noch cool ist, ist jetzt, finde ich ein bisschen besser wie vorher, wir haben jetzt Unterstände für die Ballen. Hier haben wir dann gesagt, wir machen jetzt auch, statt Rundballen, dann machen wir auch mal Quaderballen. Hier und bei den Schweinen oben, da bringen wir den Quaderballen hin, haben wir einfach mal was anderes zum Pressen auch. Ja. Also, es ist immer wieder so ein Tick geiler, ne? Vieles sind über Menü geregelt, ja. Ich finde das so cool. Also, wir gehen in den Raum hier auch mal schon rein. Umgeschaut. Ja, du musst dich hier, auf der Map, musst du dich umschauen. Du hast, wie gesagt, überall hängen irgendwelche Schildern oder hör dir an, was da so erzählt wird in den Läden oder wie da ein Radio halten. Das ist unfassbar witzig, ne? Ich weiß, meistens ist man einfach so und spielt die Karte dann so und fertig. Aber es lohnt sich manchmal halt auch einfach so die Augen aufzumachen, auf die Details zu achten, ne? Das ist genauso wie vorher mit den Straßen halt, ne? Dass er einfach mal die ganzen Straßen ausgetauscht hat, ne? Das ist halt, was das ausgemacht hat, ne? Das wirkt wie eine komplett andere Map, ne? Einfach, weil hier so die Straßen ausgetauscht worden. Das ist einfach, das ist schon krass. Moin Jan. Die heißt so, wie es im Titel steht. Das ist die Talbach. 2K23. Das ist jetzt schon die Vorabversion der Final Edition. Du kannst die Version, die da vor ist, aber auch bei LSFM runterladen. Genau. Wie funktioniert das mit den zwei Lagern am Garten? Welchen Lager meinst du? Meinst du die hier? Die Strohlager, oder was meinst du? Also du bist im Kompass, ja, das bringst du einfach rein. Das kannst du hier reinkippen und wieder rausholen. Und damit kannst du dann, gehst du mit der Schiebkarre hin, holst du es dann raus und dann kannst du dann hier deine Sachen mitdüngen, zum Beispiel. So habe ich das gemacht. Oder du sagst, du hast da keine Lust zu, dann holst du halt, dann musst du kaufen, dann musst du hier, ach, die habe ich schon verbraucht. Dann holst du hier so, das ist ja die Alternative, dass du die hier dann, zack, guck mal hier, Verbrauchsgüter. Dann musst du dir halt, die habe ich auch gekauft. Hier Garten- und Gemüse-Dünger. Das brauchen wir für den Fermenter noch. Melasse brauchen wir, wo war das denn noch? Was hat denn noch Melasse gesagt? Ja, Milchpulver, das nutzen wir auch für die Milch, für die Kälber halt, weil unsere Milch hauen wir so weg. Marmelade? Was ist hier Marmelade? Das habe ich auch mit Brot drauf. Ja. Also hier gibt es so unfassbar viel zu tun. Schon krass. Marmelade benötigt, ach so, okay. Hä, aber ich wollte, wo wollte ich denn, ich wollte es sonst noch wo reinkippen? Wo wollte ich denn sonst noch reinkippen? Ich sage, hier ist es so, egal was ihr hier erntet oder macht, bewahrt es auf. Man wird es irgendwo für brauchen. Es ist nachher ein Kreisdorf, würde ich, hier könnte man ja auch die Kälber sagen, ich fütter die mit der eigenen Kuhmilch, aber das ist halt, wenn du keine Kuh, sondern sage ich mal Bullenzucht hast, dann musst du die Kälber ja auch immer versorgen. Deswegen kann man sich halt mit Milchpulver und Wasser eigene Milch machen. Da ich diese Produktion aber nutzen möchte, verkaufe ich halt die komplette Milch und mache das. Ja stimmt, bei den Pellets braucht man das auch. Ah ja richtig, stimmt, genau. Aber das ist was, was ich jetzt auch wieder als erstes in Gange bringen will, weil ich will das in den Big Bags abfüllen, ich will das benutzen. Wir hatten mal in den letzten Jahr schon Pellets fertig, da hatten wir das noch erst in den Schlauch gefüllt, weil da gab es diese Abfüllstation ja noch nicht und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dieses Schlauch, wo wir die Pellets reingepackt hatten, den wegzumachen, wollen wir hier gar nicht haben, sondern wir füllen dann hier wirklich ein paar Big Bags ab und füttern das dann einfach. So und fertig. Also das ist schon wirklich gut, muss ich sagen. Also macht wirklich sehr viel Spaß. Hier ist halt so unfassbar viel drauf, ne? Echt schon cool, man. Macht wirklich sehr viel Freude. Genau und der ist dann beim letzten Update auch dazu gekommen, der Farmersmarkt hier, um die eigenen Sachen natürlich auch zu verkaufen. Ach und was ich auch gesehen habe, ist, springe ich auch mal eben hin. Lecker Milch, Butter und Eier können sie kaufen oder lecker Käse, der Gouda, der Marsch, da war die Ida, oder lecker Schicke Käse, oder vielleicht der Schicke Käse. Du musst überall zuhören hier. Das ist wirklich witzig, Leute, ich sage halt das. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin, das ist wirklich unfassbar cool. Also wirklich unfassbar cool. Ich bin völlig begeistert. Letzt Mal war auch noch bei den, vor den letzten Update, da sahen die Karotten aus wie, wie Weizen. Bist du es noch? Das hat sich jetzt auch mal erledigt. Also das ist jetzt auch. Das Silo haben wir nicht wieder hingestellt, weil wir haben gesagt, wir füttern dann hier mit Kartoffeln und schütten die dann hier einfach rein und holen die dann da raus für die Schweine. Das ist dann, in denen sind einfacher. Und die Strohsachen machen wir wie gehabt mit dem Weidemann-Schäfer hier. Perfekt, ja. Was sagt denn die Ziege jetzt wieder? Blackhand Horde? Jawohl. Blackhand Horde. Den Fix-Eintrag in die, siehst du. Ja, also das, wie das System gleich auf, ne? Weil wir gestern geguckt hatten, wie machen wir das jetzt mit der Kartoffeln und Grün, Morim. Aber jetzt hat sich das erledigt. Das sieht jetzt hier, so sollen sie sein. Perfekt. Ja. Ja, Leute, was muss ich sagen? Wir fangen einfach wieder an zu spielen. Es ist viel zu tun. Also, ja, wisst ihr, ne? Gott sei Dank habe ich den Jansenhof bei Alteiche fertig gebaut gehabt. Gott sei Dank, Alter. Das hat sich jetzt wieder um, hunderte von Dekorden verschoben, das Ganze. Ja, cool, cool. Rebi und Team, tolle Arbeit, würde ich. Also, würde ich, äh, kann man, muss man sagen, also, das ist schon, das ist schon, das ist schon krass, ne? Das ist wirklich schon, junge, junge. Also, ich, ich bin da völlig begeistert, muss ich sagen. Ja, genau. Das ist ja nicht nur die Funktion, sondern es sieht auch einfach noch geil aus, ne? Auch die Felder, wie die gemacht sind und so, das ist alles so, ach, ich, weißt du, ich habe das gestern gesagt, wir haben uns über so eine andere Map unterhalten und, ähm, Torben, moin, hi, sei gegrüßt. Und, ähm, manchmal sieht das alles, das sieht gut aus, aber zu clean. Wisst ihr, ich, dann könnte ich noch nicht mal sagen, das gefällt mir gar nicht so, aber es ist zu clean. Wenn du hier rauf gehst, dann ist hier Dreck, liegt hier, hier, da wächst irgendwo Gras, das ist hier, die alten Plattenwege, so, die Schilder, die da rumhängen, da steht, finde ich, was, das kleine liegt da auch noch rum, so, das ist einfach so, ja, wie sagt man, aus dem Leben. Das ist einfach so, ne, das ist nicht alles immer steril und clean, das, das ist hier, so, das, wie hier, Gras wächst da raus und sowas halt, also, dass es gehört hat, so, ne, das ist nicht alles glatt und sauber, ne, oder hier auch, das ist halt eine Missplatte, klar, ist da Matsch und Dreck und so, ne, das ist einfach so diese, diese Details wieder dazu, ne, oder auch, wie das Gras hier aussieht und was ich jetzt auch, was ja richtig kacke ist, so für mich, ne, das ist so, jetzt spiel mal eine andere Map, wenn du mich hier drauf warst. A, muss man sich komplett wieder umgewöhnen, von den Arbeitsabläufen her, weil du hier ja viele Sachen hast, die ineinander greifen, da gewöhnt man sich unfassbar schnell dran, wenn man so ein bisschen dazu Lust hat, man wird da so reingesogen, ne, und, äh, dann hast du das halt so, mh, äh, äh, was mach ich jetzt bei den anderen und was, wo man sich noch unfassbar schnell dran gewöhnt, dass das nächste, was, das kann einen denn so richtig so, äh, oh, hier müssen wir noch anpflanzen, ne, tatsächlich, na gut, ähm, was hat das denn auch versaut, da können wir gleich, da können wir sogar Gülle fahren gleich erstmal, ähm, die Frustzerstörung, wenn du jetzt, wenn du fährst und du gewöhnst dich hier dran, ich will nicht sagen, dass das jede Map haben muss, aber das sind so Sachen, wo du dich dran gewöhnst, wenn du übers Feld fährst und dann ist das abgeändert, die Stoppel fährst du kaputt, das sieht halt einfach cool aus und man nimmt das so wahr. Vor allem, sie bleiben, nicht nur, dass du sie kaputt fährst, sie bleiben auch noch voll lang stehen, wie das in Wirklichkeit auch so ist. Ja. Ne? Und, wenn du das auf einer anderen Map nicht hast, was ja jetzt, also die wir gespielt haben, haben das die meisten, ich kann mich gar nicht drauf dran erinnern, ne? Wer hatte das denn sonst noch? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also sonst nicht und da gewöhnt man sich so schnell dran, dass man dann so sagt, schade, wäre cooler, wenn es hätten. Gut, ist jetzt kein Beinbruch, aber das ist dieses, das ist wieder dieses I-Pünktchen, ne? So dieses, das ist einfach dieses Detail, ne? Was das wieder anders ausmacht halt. Ja, was soll ich sagen? Genug geschwärmt. Cool, cool. Also wirklich, äh, fette Arbeit, werden wir lange, lange, lange Zeit drauf Spaß haben. Ähm, wirklich Einfallsreichstum. Ich weiß, warum ich kein Mapper bin. Der wird aussehen wie so eine Brotunterlage und fertig. Das heißt, wie man sie so kennt, kommen wir von Silvio. Okay, wer das auch immer von euch macht, also es ist wirklich, also wirklich, ich sag einfach, das lebt damit einfach, ne? Das ist, äh, guck mal, auch wenn der ganze Müllchen nicht rumstehen würde, ne? Ein anderer kommt da da nicht drauf halt, ne? So, und hier steht halt was rum. Wie es halt so ist, ist ja, das kennt man doch, man stellt es hin. Ich kenn das früher, wo ich aufgewachsen bin, bei meinem Oma und Opa da auf dem Hof. Das, ich hab die letzte Zeit ja noch so ein bisschen mitgekriegt. Und da ist dann halt auch, da steht halt was rum. Wir hatten hinter dem Haus dann auch so eine alte Torfbahn stehen, ne? Oder die alte Kartoffelsortiermaschine, dieses Riesending, wo ich dann drauf rumgeturnt bin und sowas halt, ne? Das, das ist halt so, die haben das da hingelegt und dann lief das vor 20 Jahre, ne? So, das ist einfach so, das ist schon geil. Sana, moin, hi. Moin. So, okay. Weiß ich, was ich jetzt mach? Jetzt mach ich das Kühlefass raus. Jetzt mach ich die anderen beiden Felder erst fertig, bevor ich anfange, die Zähne runter zu mähen. Und dann kannst du wahrscheinlich, ja, na gut, viel, viel tun. Ja, ja, ich muss, geht's leider abmähn, nachher, so hatte ich mir das gedacht. Mach, 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 wenn ich Ballenlager vollkriege. Komm, wir, nehm ich den? Nein, ich nehm den Puma. Ich hab keine Lust zu schalten. Ja, den Puma hab ich aber gerade. Dann nehm ich den anderen, nehm ich den Fend. Du musst den Fend nehmen jetzt. Das ist mir egal. Weißt du, mein Fend fährt ja schneller, wie gesagt, zu deinen. Krass, ja, du bist. Mann, ist er mir damit gestern auf den Sack gegangen. Fendi, moin, hi, Fendi, grüß. Ey, du wusstest erst gar nicht, was er von mir will. Das ist auf dem Dorf. Man weiß nie, ob man das noch braucht. Es ist so, du brauchst alles, deswegen schmeißt du auch nichts. Deswegen packst du auch alles irgendwo hin. Hier, du schmeißt das so ein Kanister nicht weg. Auch wenn der Rand voll ist mit Altöl, vielleicht willst du da irgendwann deinen Zaun mal mitstreichen oder so. Oder Gitterboxen, was nicht. Du brauchst das. Schmeißt du es weg, brauchst du es einen Tag später. Auf jeden Fall. Natürlich bleibt das stehen. Und natürlich machst du auch nicht immer das Gras hier weg, wo du es überall sprießt. Das sieht halt so aus einfach, ne? Das ist halt einfach so. Also, wie gesagt, egal wie, Geschmäcker sind wirklich verschieden. Aber selbst wenn aus irgendeinem Grund jemandem die Map nicht gefallen sollte, so muss er zumindest hier drüber gehen und sagen, gut ist nicht meins, aber verdammt gut gemacht. Ne? Das ist so wie ich und die Italien-Map. Die sieht verdammt gut aus. Super tolle Map, aber ist nicht meins. Ah, deswegen ist das trotzdem eine gute Map, aber ist halt nicht meins. so, genau. Und das hier, muss ich sagen, trifft halt voll. Toll, toll. Leute, ich sag euch, freut euch drauf. Wenn alles klappt, 1.6. können wir sie denn bei LSFM runterladen, wenn nicht dazwischen kommt, nicht drauf festlageln, aber das Datum ist angepeilt. Ich weiß, ich habe immer noch die Fans nicht ausgetauscht. Du hast wen immer noch nicht ausgetauscht? Das Fan-Paket hier. ich habe ja die, die wir hier nutzen, mit dem Dashboard, Live-Dashboard. Ach so, ich dachte, die wären jetzt schon drin. Nö. Ja, gut, das ist wie mit der Maus, ne? Das dauert manchmal einfach ein bisschen. So. Gucken wir, was heute mit dem Rüssel klappt. Der Wolfie, was denn, hast du verloren? Oh, ist eine Jagd? Rander. Stefan, moin, so geht es mit der Ellerbach. Sie ist schön, aber nicht meins. Genau, also die Ellerbach hatten wir einen Multiplayer spielen wollen, ähm, 17er oder 19er? Ich weiß es nicht mehr. Aber da auch. Wie ist es denn das? Tolle Map. Muss man auch gerne anerkennen halten, aber es bringt ja nichts, wenn du keinen Bock drauf hast. Und deswegen ist es ja so gut, dass es so unfassbar tolle, verschiedene Mods und Maps schon gibt halt, ne? Also, tut mir leid, wenn man ein S spielt, aber kann sich ja keiner beschwenden, ich finde nichts, ne? Muss man ja auch sagen. Das ist ja eigentlich für alle was dabei. Ja, das ist aber so. Ich brauche jetzt halt so eine Maps, ne? So, so, ja, kleine Knuffelige, ne? Oder, ach so, ich muss abhängen. Oder Alte Eiche. Die fand ich ja gut. Guck mal, Gräber habe ich so lange gespielt. Ach, Bayerischer Hof von Berni ist toll. Aber jetzt bin ich hier gefesselt. Man merkt ja auch, dass was man mag, das spielt sie dann einfach mal drauf, ne? Und dann muss man irgendwann mal Abwechslung haben, deswegen habe ich ja meistens so zwei, vielleicht mal eine dritte Map noch. Aber das sind dann auch so meine Lieblinge, ne? Die Maps spiele ich dann ja eigentlich auch sehr lange. Das Einzige, was immer dazwischen kommen kann, ist, wenn dann eine neue Map rauskommt und dann mal jemand würde ich dann auch fragen, hier, guck mal, wir es haben. Aber da nehme ich auch nicht alle Maps. Da muss ich auch so fair sein und sagen, ich habe auch schon Maps abgelehnt, ne? Wo ich gesagt, nee, kann ich nicht zeigen, einfach weil ich da nicht für, ich muss dann mich da auch für begeistern können. Ihr werdet ja die Ersten, die merkt, ihr wisst ja, wie ich bin. Inge freut sich immer wie so ein kleines Kind zu Weihnachten, wenn irgendwas toll ist für mich, ne? So, aber ich muss diese Begeisterung ja auch haben. Es bringt ja nichts, wenn ich eine Map zeige und dann sagst du, ja, ist aber nicht meins. Das ist gleich blöd, ne? Dann soll das lieber jemand machen, der dann da voll drauf begeistert ist, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn. So, so ehrlich sollte man dann sein, ne? So, dann wollen wir mal gucken hier. Knauf ist weg jetzt schon hier. Komm mal runter, hier, Freundchen. So, mal gucken, ob heute Rüsseltag ist. So leicht ist heute Rüsseltag. Ich weiß es aber noch nicht. Oh, Paltchen. Ich freue mich auf Samstag. Du meinst die Deutschlandkarte, ne? Ja. Da sind ja auch viele gespannt drauf. So. So, mal gucken. Aber hier, jetzt mich zum Beispiel in der Zeit von dieser Map herunter zu kriegen, das ist schwierig. Halsch. Bisschen noch beim letzten Mal, das erste Mal, habe ich auch den Olympischen gebraucht, bis er drin war. Aber ist ja so, nachher weiß wie das geht, denn klub. Ach, guck. Oh, scheiße. Ich habe zu doll reingekloppt. Verdammt. Oh, das tut mir leid. Hoffentlich ist nichts kaputt. Mensch, müssen wir ein bisschen aufpassen und aufdrehen, den Schlingel vor allen Dingen. Da muss ich mal zurück müssen. Es tut mir doch leid. Steht schon, bin ich gespannt. Ja, drüber laufen werde ich auch, aber ich muss mal gucken, wie das zeitmäßig alles ist. Aber das ist das Gute an so Karten, auch wenn du später spielst, die wären ja nicht schlecht, ne? Die laufen ja nicht ab. So, jetzt noch mal ganz in Ruhe. Luft holen, Augen zu und durch. Ha! Siehste? Klappt doch. Ja, guck. Guck. Guck, guck, guck. Ja, auch das mit den Güllebecken hier hinten und so, das gefällt mir halt auch alles. Ich tüdel halt gerne rum und hier kannst du halt tüdeln, ne? Aber man muss es nicht. Man kann sie auch so spielen, sie ist halt auch bildschüppsch. Wo wollte ich denn? Da. Ich wollte die Symbole ausmachen. Ich glaub, so langsam wissen was. Da wird es dann ab 16 Uhr war das, ne? Das ist ein Umen denn heute auch? Jo. Auch von der Karte hier. Im Prinzip wird dann einfach so weitergespielt. Chrisko, moin, hi. Oh, hab ich die fast überlesen. Das tut mir leid, ich war gerade so am Schwärmen. Danke. Nee, wegen Gier. Ach da, wird ja von der Kartoffel auch mal Zeit. Ich bin mal gespannt, ob er sein Spiel zum Laufen gekriegt hat. Ob ich mein, was zum Laufen gekriegt habe? Dein Chat-Spiel. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Aha, Zwerg, siehste. Also können wir nachher bei 16, 16 Uhr bei Uben reingehen und sagen, nee, weiß ich nicht. Das ist wieder alles nur halbes Brot. Man muss ja auch was zum Meckern finden. Ich habe das mit dem OBS schon alleine wieder hingekriegt. Toll, ja. Das ist alleine schon eine Goldmedaille. Ich wollte Ihnen ja helfen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe mich mit Angeln beschäftigt. Ach, nee, Quatsch. Ich selber ja nicht mit Angeln. Du hast nicht geangelt. Nein, ich habe nicht geangelt. Ich habe mich mit der angelnden Person beschäftigt. Mehr konnte ich, da hat mein Hirn auch nicht mehr geschafft. Ich kann dann auch nicht so viele Sachen. Du musst mir schon wieder auf die Zunge weißen gerade. Junge. Ich kann mich nicht auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das geht einfach nicht. Ich versuch's auch gar nicht erst. FSK 18? Na, weiß ich nicht. Nee, jetzt hätte ich was gesagt. Nee? Ja, das, was ich sagen wollte, wäre FSK 18. Deswegen lasse ich das jetzt. Ich halte jetzt besser auf die Klappe. Boah, da kommt Junge. Boah, Alter, Junge. Fast eine Kollisions-Test gemacht mit der Laterne. Alter Schwede. Aber auch wenn man hier so lang fährt, ne? Was die Straße nochmal ausmacht, ne? Mit der Optik, wenn du hier so lang fährst. Das ist halt wie bei mir, wo ich aufgewachsen bin, ne? Also mal ein bisschen langsam. Hallo. Hallo, jetzt hätte ich fast einen weggerannt. Wegen dir. Ich hab doch keine Zeit. Dann nehmen sie dir bitte. Ich muss das Gras vor der Wiese holen. Es ist ja gut, es ist ja gut. Ich hab verstanden. Ich muss hier vernünftige Qualitätsarbeit leisten. Oha. Ich hör mich echt scheiße an in deinem Stream. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hört sich komisch an. Vielleicht muss ich nachher einfach das Mikrofon mal rausziehen und reinstecken. Das ist gut. Das reinstecken muss auch rausziehen. Ja. Die Frage, ob es noch ein bisschen erotischer wird heute oder nicht. Ah, ich hab's schon angemacht. Äh, ja. Warte. Also ein bisschen was hat geändert und dazugekommen ist im Prinzip das Gebiet hier oben. Pommesfabrik, die Ölmühle, da musst du dann halt für die Pommes, äh, Frittenöl herstellen. Oder halt hier auch noch der Bio-Fermenter für den Bioabfall, der geht jetzt nicht mehr auf Kompost, der geht jetzt hier in den Fermenter rein. Wobei, wobei Kompost, wie gesagt, ist noch, ist noch wieder extra, ne? Das ist der Bereich, der dazugekommen ist. Mit ein, mit ein Lager. Da können wir nochmal hin. Hier für Ketchup brauchst du Tomaten, Zwiebeln, Zuckerrübenschnitzel, Wasser und bekommst Bioabfall und verschmutztes Wasser, was du natürlich denn hinbringen musst zur Kläranlage. Pommes auch, Kartoffelnwasser, Frittieröl und Methan. Dann kriegst du Pommes, Bioabfall und verschmutztes Wasser. Bei der Ölmühle brauchst du dann die Ölfrüchte, da kriegst du Speiseöl draus, kannst du verkaufen. Oder machst du halt hier Frittenöl, das kannst du dann für die Herstellung gebrauchen. Bei der Kompostanlage bringst du den Bioabfall hin und dann kriegst du Kompost und Methan raus. Steht da direkt gegenüber. Zeige ich auch gleich. So, rennen wir eben hin. Gegenüber, hier hast du einmal das Lager für die Paletten. Kannst du hier ganz nochmal einlagern und rausholen. Entspawn dann hier deine Sachen, die du eingelagert hast. Nicht so voll machen, wegen Performance halt, ne? So, hier ist dann der für Kompost, für die Bioabfälle die Sachen. Und hier hast du dann nochmal die Öle. Ja. Qualitätsarbeit? Ich war verrückt. Tatsächlich, du. Endlich ist immer Qualität. So. Dann wollen wir nochmal eben ein bisschen raufschmieren hier. Gerne. Aber jetzt, wenn alles klappt, erster, sechster. Und nochmal, hört euch das Radio an. Achtet auf die Sachen, die ihr so an der Wand hängen. Oder hört mal zu, wenn ihr in den Supermarkt reingeht oder auf den Farmersmarkt. Schon so ist es witzig. Und die Stimmen, die euch dabei erzählen, die solltet ihr auch kennen. Aber so viel wollen wir nicht spoilern. Ja, spoilern auf dem Trecker, sehen wir auch nicht gut aus. Wow. Bringen wir nicht auf Ideen. Aber ist schon geil gemacht, würdig. Wahnsinn. Wenn wir wieder viele, viele, viele Stunden Spaß aufhaben. Wenn wir erstmal eingerichtet sind, stellst du mir vor. Schwer vorzustellen, aber... Stimmt, ist schwer vorzustellen, aber hey. Wobei doch, es gibt eine Karte, da bin ich mittlerweile drauf eingerichtet. Ja, gut, wenn man es danach geht, den Spielstände, wenn man mal guckt, wenn man wechseln will, also zur Abwechslung. Ich habe von den anderen Karten die sehr nicht im Spielstände noch. Aber wobei, wo würde ich jetzt hingehen? Alteiche. Das ist fertig. Ich verrufe Bergmann, muss ich, wenn er schon von vorne anfangen. Ja, da habe ich meinen Spielstand noch. Ja, den habe ich auch noch, aber ich weiß das alles nicht mehr. Da könnte ich, also würde ich dann Neustadt hinlegen. Ja, da habe ich. Ja, Talbach ist klar. Und ja, gut, Peligny würde ich jetzt mal auch super map, aber die würde ich jetzt, würde ich erstmal weiter nach hinten stellen. Also ich glaube, im Moment schüpfle ich dann eher zwischen Talbach und Alteiche hin und her. Weil Alteiche ist ja noch mal mit kleineren Fahrzeugen. Hier kann ich auch mal die größeren fahren. Das ist halt auch eine gute Abwechslung. Ja, dann würden wir den Kompost auch haben, dann können wir das ja wirklich mal machen. Ich habe ja wirklich schon lange nichts mehr gestreut, dass man dann sich mal so einen Mischtreuer nimmt und das dann auch mal wieder macht. Ich glaube, was anderes denn. Was ist das, Karo? Oh, die Mac fände ich gar nicht. Welche? Habe ich noch nie gehört. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist Backo. Haust du Gülle und misst nicht in die BGA rein? Ne, Gülle, ich bin eher ein Fan von Gülle fahren. Das mache ich hier, aber in der Tat ja Mist, haue ich in die BGA rein. Ich bin mal raus. Lieblingsmeier, Mockout. Viel Spaß auf dem Hofberg, Mann. Ja, tschüss. Ist ein Mod-Hub? Ah, okay. Ne, also ich muss sagen, ich bin da, Gott sei Dank, weißt du, manchmal kriege ich so viele Sachen einfach gar nicht mit. Also Mod-Hub gucke ich auch immer regelmäßig. Aber Karten bin ich Gott sei Dank für mich so wirklich gut ausgestattet. Ich würde jetzt gar nicht auf die Idee kommen, mir selber noch irgendwo eine Map anzugucken oder runterzuladen. Weil ich weiß noch, wo ich auf die Talbach gestoßen bin. Und ich habe von der Talbach ja lange gar nichts gehört, dass die hier überhaupt ist im 22er. Ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigegangen ist so lange. Und dann, als ich die dann gefunden hatte und gespielt hatte, war ich ja sofort wieder, ich habe die am 19er auch so lange gespielt. Aber was jetzt hier im 22er daraus gemacht wurde, ist ja der Oberbürgörner. Und da haben wir die im 19er wirklich schon lange gespielt, mit vier Leuten, drei, vier Leuten. Da habe ich mich echt gefreut. Wenn man jetzt mal guckt, hier gerade nach den letzten Update auch wieder, das haute ich ja weg. Norden sind Pellworm, moin, hi. Jo, moin. Das sind auf jeden Fall tolle Details, auch sind wir drin, finde ich gut. Ja eben, das muss man ja mal so sehen, dass selbst wenn einer Diebkarte nicht leiden mag, was hier an Arbeit reingekloppt wurde, ist ja, muss man anerkennen. Aber kann sagen, ist nicht meins, mag ich nicht spielen, ich bin nicht nur was anderes, aber trotzdem von der Arbeit her kann hier keiner sagen, dass es kacke, ne? Also wer hier wirklich, ne? Da muss man auf jeden Fall, auf jeden Fall bei der Wertung fünf Sterne reinkloppen, da. Zumindest ist das Däumchen hoch. Ich weiß ja, die Sterne habt ihr auf LSFM gar nicht, glaube ich, ne? Aber da gibt es auf jeden Fall ein Däumchen. Das ist das Mindeste. Ja, auch der war unfassbar cool. So, ich würde ihn denn jetzt hier stehen lassen, weil, äh, hm, gleich geht der Grill an. Ich weiß. Ja, Mann. Nom, 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 nom. Aber da kann man ja so weitermachen. Fahr nicht den Anhänger kaputt. Was haben wir nicht, moin? Ich kann fahren. David, moin. Das ist aber auch, jo, läuft gut. Wollen wir uns nicht beklagen, wollen wir uns nicht. Ach so, warte mal, ich kann ja noch mal eben... Leute, da könnt ihr schon mal draufklicken auf den Kanal und könnt ihr schon mal... Falls ihr es nicht eh schon habt, lasst dann mal ein Follow da, bei dem Herrn Uben. Das ist der Mitspieler hier bei mir, wer ihn nicht kennt. Der, ähm, ja, da geht es um 16 Uhr weiter. Ne? Genau hier an dieser Stelle. Und er wird euch sicherlich die neuen Sachen auch noch mal erzählen, wenn ihr Fragen dazu habt. Natürlich. Das ist natürlich. Wie gesagt, 1.6. könnt ihr die feine Version dieser tollen Map dann auch bei SFM runterladen. Ne? Da, ach, siehst du, hätte ich auch auf Link machen können, ne? Aber kein Problem. Zack, da findet ihr den vorletzten Link LSFM. Da könnt ihr gucken, lesen und laden. Ab 1.6. Oder ihr könnt es nicht aushalten und dadurch jetzt schon die Vorabversion darunter und spielt die schon mal zwei Wochen. Ja. Ne? Die ist genauso gut. Genau. Da würde ich auch sagen, da kann man schon mal schon eine Menge zu tun, dann auf jeden Fall. Oder ihr seid noch ein bisschen geduldig. Gut. Liebe Lüt, wie gesagt, 16 Uhr, geht es da bei den anderen Knispel weiter? Knispel. Den alten Kropper. Ja, genau an der selben Stelle, ne? Wir, ich mach den Spielstand einfach so weiter. Genau. So. Hm, ist hier wer, ist hier noch wer auf Talbach unterwegs zufällig? Nein, nein, nein. Ist denn, wo ist denn, wo ist Bergmann? Wo ist, wo ist der Meier? Der hat gesagt, er geht auf die Bergmann. Er hat nicht gesagt, dass er streamt. Er hat nicht an. Das ist ja gar nicht, wenn er jetzt anschalten würde und wir gehen dann jetzt sofort rüber einfach. Aber er ist nicht da. Wo ist der Meier denn? Ich habe keine Ahnung.